Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute zeige ich euch mal wieder eine kleine POTA-Aktion, also Parks und Seer und wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Worum geht es heute? Ich bin hier rausgefahren in den Naturpark Feldberger Seenlandschaft und habe hier heute mal ausnahmsweise mein Spiderbeam aufgebaut, weil ich rüber wollte nach Amerika und nach Japan und China. Musik Hat doch alles so weit geklappt, das war Es waren sogar, ich glaube, über 20 SSB-QSOs nach Amerika und Kanada. Das hat also wunderbar geklappt mit dem Spiderbeam und ja ansonsten habe ich den Park aktiviert und ein kleines Peilab gehabt, aber es war sehr, sehr lustig. Hier ist kurz nochmal die Karte und ich zeige euch, wo ich mich genau befunden habe im Naturpark Feldberger Seenlandschaft. Das ist ja direkt in der Nähe der Ortschaft Karwitz habe ich mich da an so einem Feldrand hingesetzt und da ist gleich so ein großer Dino Park in der Nähe. Das heißt ein Park mit Steinen, wo ein Dino abgebildet ist. Das ist ein Park. Delta Bravo 2 Mike Tango Park to Park. Ja, Delta Bravo 2 Mike Tango. Guten Morgen, ihr 5 und 8. Ihr 5 und 8. Mein Name ist Nikola. Nikola. Und mein QTH for Porta ist Italien. Italien 1336. Italien 1336. Microphone back to you. Roger. Oh, thank you for the report. You have 5 and 9 here in Germany. 5 and 9 in Germany. My name is Tom Tango Oskar Mike. And the park reference is Delta Alpha Stroke 0096. Roger. Yes, Tom. The park is Delta Alpha Stroke 0096, is right? Roger, Roger. Have you to work with that? Yes, perfect. Perfect. Thank you for it part to part. I'm running 5 watts into the home brew and feed antenna, over. Ah, ok. It's good for 5 watts. I have 100 watt here in a portable station in my bus and the little spider beam. Over. Yes, I'm, it is perfect. I'm on air, maybe zero degrees now. Not, not too hot here. Vielen Dank für den P2P-Kontakt, sehr gut, ich genihe den Aktivation, Tom. Ja, danke. Also, besten Wünsche dir, ManyDX, heute und ManyParks und 73. Wann du wissen, wer der Kontakt ist? Sorry? Wann du wissen, wer der Kontakt ist? Ja, weil ich nicht viele DX, wer der Kontakt ist. Es ist ein Hungarien-Kontakt, Hungarien-DX-DX-Kontakt, okay? Danke, sehr gut, Sie sind sehr informiert, ich sage, danke, 73, enjoy, enjoy die Porta-Operation. Ja, danke, 73. Ja, die Verbindung ist schlecht, weil da von der Seite immer irgendwelche Stationen reindrücken aus dem ungarischen Contest, das ist das Problem. Aber für 5 Watt kommt der natürlich hier super an, wahrscheinlich, weil ich hier den Spider-Beam habe und genau in seine Richtung ihn gedreht habe. Okay, das hat ja schon mal geklappt. CQ, CQ, Delta, Bravo 2, Mike Tango, Delta, Bravo 2, Mike Tango, calling CQ and standing by. Golf Zero, Romeo, Quebec, Lima. Golf Zero, Romeo, Quebec, Lima, you have 5 and 9 here in Germany, over. Ja, Roger, Roger, there, Tom, good morning to you. Your name here is Don, Bells Ross, to November. Thanks for the 5 and 9 here to Germany, your 5 and 9 here to the southwest of the UK. Good to hear you again, Tom. Thanks for another part, 73 and have a good Sunday. From Golf Zero, Romeo, Quebec, Lima. Bye-bye. Thank you for the wishes and many gigs today and also 73. Bye-bye. Italy, United 3, Golf, Kilo, Juliet. Italy, United 3, Golf, Kilo, Juliet. You have 5 and 9 plus 10 here in Germany, over. Roger, nice senior. Today, big senior. 10 dB over 9 for you. Nice senior, nice modulation. Many thanks. Thank you from New Park. Good activation, ciao. Thank you for the wishes and also best pota contacts today. 73. Ciao. Eco Alpha 4, Tango, Lima. Eco Alpha 4, Tango, Lima. You have 5 and 9 here in Germany, over. Yes, Andy. The 5 by 9 on Spain. Thank you for Porta Tango and West Direction for Germany. Thank you. Bye-bye. Thank you. And 73. India, Kilo 2, Lima. Eco. Yankee. India, Kilo 2, Lima. Eco. Yankee. You have 5 and 9 here in Germany, over. Roger. Thank you for the 59. 5 and 9 as well. And very good morning. And thank you for the part. 73. Good morning. Italia, Kilo 4, India, Delta, Florida. Good morning. Italia, Kilo 4, India, Delta, Florida. You have 5, 9 plus 10 here in Germany. Fantastic. Also for you. Fantastic. And thanks for the pota. Thanks also. And 73. Ciao. Buona Domenica. Eco Alpha 4, Tango, Tango. India, Kilo 2, Oscar, Delta, Delta. India, Kilo 2, Oscar, Delta, Delta. You have 5, 9 plus 10 here in Germany, over. Roger. You have 20 dB over at 9 ton. Thank you very much for the activation. And congratulations for your setup there. Have fun. And thank you for parks on the air. Ciao. Italy, Zulu, Null, Italy, Japan, Canada. Italy, Zulu, Null, Italy, Japan, Canada. Italy, Japan, Canada. Is it correct? Yeah, yeah. It's correct. Yeah, it's correct. Italy, Zulu, Null, Italy, Japan, Canada. You are 5, 9 plus 10 today. Load and clear. Thank you for 5, 9 plus 10. You have also 5, 9 plus 20 here in Germany of my little spider beam. Back to you. Roger, roger, roger. Lovely, lovely modulation. Load and clear. I not tap the noise. It says completely and completely clear, the range. Thank you very much. And good activity day and good Sunday. Bye-bye. Oh, thank you, Mary, very greetings to Mary and 73. Roger, roger, thank you. Appreciate it. Good activity. Thank you and bye-bye. Here's Delta Bravo 2 Mike Tango. Delta Bravo 2 Mike Tango calling CQ Pax on the air and standing by. Yeah, good morning, Mike. Zero in Tango, Tango, Quebec. Very good scoop, move south England, five and nine. 59, over. Pax adventures go across The road, U.S. 2 ECO Romeo Tango. 2 ECO Romeo Tango, obey. Yes, Paxestar walk across The road, we have Paxậach Smith. Pax togeth slash network X showsія 99. 5 and nine, you boot. Pamski Eagle 6 Whisky Indiagolf. 5 Mikhail Dolby испыт, Krach bisher Икро Dinah. map 159. Die Park-to-Park station, again, please. Golf 7 Whisky Kilo X-Ray Portable, is it Roger? Thank you for 5 and 9, you have 5 and 5, 5 and 5 here in Germany, over. QSL, QSL, my Park-to-Park number is Delta Alpha, stroke 0096, Delta Alpha 0096. QSL, QSL, thank you for Park-to-Park also, N73. QSL, QSL, good morning, Italy, Gini, 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 Echo Charlie, one Delta. Echo Charlie, one Delta, you have 5, 9 plus 20 here in Germany. Okay, thank you very much, 59, 10 for you. Danke for New Porta, Delta Bravo 2, my Tango, Echo Charlie, one Delta, 5, 9. Mike Whisky, six, India, Mike Opsho, Italy, Unifor one, Queen Charlie Bravo. 2, Echo, zero, India, Golf, Delta. You have 5 and 8 here in Germany. QSL, 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 you have 5 and 9 plus, 5, 9 plus at the time. Thank you very much for your activation, 73 and 11. Thank you for 5, 9 plus and also 73. Oscar November 4, Charlie, Victor, Lima. Oscar, go to the L3. Go to the L1. Delta Bravo 2, Mike Tango, Park to Park. Delta Bravo 2, Mike Tango, Park to Park. Please, uh, you are 55, 505, Echo Alpha 12, 29, QSL. QSL, Roger, thank you for 5 to 5. We have also 5 to 5 here in Germany, over. Please, please, give me your PAK number. The PAK number is Delta Alpha 0096. Delta Alpha 0096, Roger. Roger, Roger, Delta Alpha 0096. Thank you, sir. Thank you for Park to Park, thank you for activation, 73. Also thank you and 73. 2, Echo Zero, Echo Sierra Yankee. Thank you for Park to Park, 73, bye bye. Thank you and also 73, the Echo Alpha Station. 2, Echo Zero, Echo Sierra Yankee. Park to Park. Park to Park, Park to Park. 2, Park to Park Station, again. Italy, Uniform 3, Oscar, Juliet, Park to Park. Italy, Uniform 3, Oscar, Juliet, question mark. Oscar, Juliet, America, QSL. QSL, QSL, Italy, Uniform 3, Oscar, Juliet, Alpha, you have 5 and 8 here in Germany, over. Roger, 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 you are 5 and 9 plus, 5 and 9 plus, great signal here. Many thanks for the night, USO. Enjoy your Park on the other TV, show 33. Thank you, also 73, the next Park to Park Station, please. Italy, Victor 3, Golf, Victor Yankee. Italy, Victor 3, Golf, Victor Yankee. Is this Roger? Roger, Roger, good afternoon, my friend. 59 plus, my reference, Italy, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2. Thank you for your reference. My reference is Delta Alpha 0096. Roger? Roger, Roger, my friend. My report, what is my report? Your report is 59 here in Germany. 59, good signal. Thank you, my friend. Have a nice day to meet you, Papa. Ja, 73. Vielen Dank, auch 73. Sieh, Rappata 9, Radio Explosivator. Okay, QSL, also 59 Centaurant. Danke für die Aktivität. Die QRP-Station wieder, bitte. Die QRP-Station wieder, bitte. Yankee, Oskar 5, Quebec, Sierra, Alpha. Is this Roger? Yankee, Oskar 5, Quebec, Kilo, America. You have 5 and 3. 5 and 3 here in Germany. Thank you for 5 and 8 from Romania. And 73. 73. Sugar, Queen, Ford, Charlie, Tokyo, Sugar. Rose, Rose, good morning. Go, 59, pass over. India, uniform. Pfizer, Papa, uniform. Uniform, SL, now. Delta, Papa, 2, again, excuse me. Sorry, I was very quick. Mike, Sierra, November. Oscar, Mike, possible. Good morning. I am in a park. My reference, Golf-0, 165. Golf-0, 165. And you're 5 and 9, QSL. Never had one. You know what I mean, you have one look. Mexico, Zero, Hotel Echo, Mike. Mike, Zero, Oscar, Victor, Golf. QSL there, Tom. Thanks for the park. You're also 5 and 9. 73. Mike, Whisky, Zero. Gold, Gold, Whisky, Gold, Stroke, T. Mike, Tango, Mike, Tango, Kelo, Mike, Tango, Kelo, Mike, Tango, Kelo, over. Echo Alpha 4 Gold Uniform. Ok, thank you, sir. Delta, Bravo, S-Vai, Mike, Tango, Echo Alpha 4 Gold Uniform. Full, full, here. Echo Zero, Yankee, Bravo, Japan. Italy, Whisky, Zero, Honor, Goundless, East, 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 East. Italy, Whisky, One, Queen, Reco, America. Oscar, November 3, Fog, 3, Malafa. Italy, Zulu, 3. Zulu, Oscar, Yankee, over. Italy, Zulu, 3. Zulu, Oscar, Yankee, 5 and 9, plus 10 in Germany, over. Ok, Roger, Roger. Thank you for 5, 9, plus 10. Also, you arrive at 5, 9, plus 10. hier ist 590 plus 10, von nord-desten Italien, 50 km aus Venis. Okay, Rad, ein complimenter für Ihr Portable Station, Ihr seid hier sehr, sehr stark. Ciao, ciao! Oscar, 9.3 Golf-Tera Uniform. Oscar, A8XY, Charlie, Foxford. Delta, 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 Delta. E Das signal ist sehr, sehr stark. Park-to-Park Ja, auch 73, ciao. Park-to-Park Station, please, again. Roger, Park-to-Park from Italy. India, Uniform, 5 Kilo, Hotel Papa. I repeat, Italy, Uniform, 5 Kilo, Hotel Papa, Michael, sign in Park-Number, India, 0287, QSL. QSL, QSL, India, Uniform, 5 Kilo, Hotel Papa, you're 5 and 9 here in Germany, over. Over, RU, Delta Bravo, 2, Mike, Tango, roger. Roger, roger, and the park reference is Delta Alpha 0096, okay? Yes, sir, QSL, my friend, 5 and 9 for you, thank you so much for the Park-to-Park, bye-bye. Italy, Zul 3, Quebec, Fox, Germany. Yes, roger, roger, you're also 5 and 9, really, into northeast of Italy. Thank you for the Park-to-Park reference, thank you very much. Equal, Safari, Charlie, Victor, 0. Thank you, Scartu, Mike, India, Tango. Italy, Uniform, 5, Golf, Bravo, Papa, 5 and 9 for you. Eco, 79, Alpha, Echo, 7, 9, Alpha. Yankee, Oscar, 6, Papa, Papa, X-Ray. Yankee, Oscar, 6, Papa, Papa, X-Ray. Uniform, Delta, Bravo, Uniform, Delta, Bravo, Uniform, United, 3, Papa. Florida 4, India, Alpha, Whiskey. Florida 4, India, Alpha, Whiskey. You have 5 and 9 here in Germany. Yeah, roger, roger, Delta, Bravo, 2, Mike, Tango. You are 5 and 9 also here in northeast of France at the German border. I'm not too far from Strasbourg, QSL. QSL, 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 thank you for 5 and 9 from France here in Germany. And best wishes in 73. 73, 44. Delta, Bravo, 2, Mike, Tango, Sikupota. Italy, Uniform, 3, Bravo, Romelu. Roger, roger, hallo, Tom. Gugutowski, Lund, Tom. Radio, United, 3, Santa. You're 5 by 9, 59, QSL, Tom. Italy, Uniform, 3, Comanche, Echo, Victor. Italy, Uniform, 3, Quebec, Echo, Victor. You have 5 and 8 here in Germany. Thank you, thank you very much. You are 20 dB plus 29. And Radio 5, thank you very much. Ja, wie sieht meine Station aus? Ihr seht das schon, hier steht ein kleiner Heizkörper, der bringt immer nicht viel, leider. Und ich zeige euch mal die einzelnen Sachen. Also ich habe hier ein Notebook und das Notebook brauche ich zum Locken und für die digitalen Betriebsarten. Also FT8 mache ich da ja bloß. Und hier ist Kaffee logischerweise ein bisschen Sprit in der Ecke. Und hier ist mein KX3 und der KX3 läuft mit der KXPA. Die ist dahinter, die ist ja immer hier verbaut in meinem Koffer. Und hier oben ist jetzt gerade so ein Lautsprecher drauf, also so eine Box, weil ich das fürs Filmen brauche. Sonst benutze ich das natürlich nicht. Da habe ich einen Kopfhörer hier, diesen kleinen Kopfhörer und den benutze ich sonst, weil sonst könnt ihr das nicht hören. Deswegen habe ich die Box hier draufgestellt. Die steht da natürlich normalerweise nicht rum, sondern liegt vorne im Auto. Ja, das ist die ganze Anlage. Hier noch Lampen für Nacht. Ich muss den Beam ja immer drehen und da brauche ich eine Kopflampe und muss auch mal hochleuchten. Wie steht denn der Beam? Und das Ganze, bei Regen macht das natürlich keinen Spaß. Ihr seht, die Scheiben sind ja auch alle beschlagen, weil das hier nicht warm genug wird. Das sieht man wohl ziemlich eindeutig. Da hinten läuft irgendwo mein Notstromaggregat. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Da, der rote Fleck da vorne ist das Notstromaggregat. Und das dödelt vor sich hin. Das stört auch nicht weiter. Ich bin hier in so einem Steinpark, so einem Dino-Park, hätte ich beinahe gesagt. So eine Steinfigur ist hier und ich sitze da am Rand auf dem Parkplatz und aktiviere den ganzen Park. Hier ist noch meine Batterie, wie immer. Und die hat jetzt noch 19 Amperestunden und ich bin fast fertig. Und die hatte vorher 46 Amperestunden. Also weiß man ungefähr, was da rausgeht. Das ist eine Liefepo und ja, da drüben steht der Sprit. Da habe ich also zwei Kanister, zwei Fünfer verbraucht ungefähr. Und ja, das ist jetzt alles. Das sieht jetzt ein bisschen mühlig aus, aber aufräumen habe ich keine Zeit. Hier mache ich mir was zu essen, logischerweise. Und da unten steht die Kiste mit den Antennensachen und da liegt natürlich jetzt das ganze Essen und Werkzeug und sowas drauf. Zwischendurch filme ich ja noch. Hier steht jetzt noch mein Stativ und naja, so funktioniert das Ganze hier. Welche Antennen habe ich aufgebaut? Ihr seht hier schon mal, ja, mein Balloon 1 zu 1. Da hängt der Dipol dran und der Dipol, ich gehe mal raus, dann könnt ihr das sehen. Der Dipol hängt natürlich hier oben an dem Mast dran, nicht sehr hoch, weil ich den unter den Spiderbeam machen musste. Also hängt der da ungefähr, in der Mitte ist das jetzt zu sehen, da ist der Einspeisepunkt. Und das geht hier mit so einem 300 Ohm Kabel, das habe ich hier wild rumgeschlungen, das ist natürlich auch nicht optimal. Und das Ganze geht dann hier oben ins Auto rein. Und hier ist auch das Koax zu sehen vom Spiderbeam. Der geht da hoch, da ist der Spiderbeam zu sehen. Und der hat natürlich wieder super funktioniert. Das Ganze hängt hier oben auf einem Vimo-Mast. Und ich habe eine mittlere und eine obere Abspannung, die ich hier, ja, hier sind hier überall irgendwelche Sachen dran. Ich zeige euch die mal, ich habe hier ein paar Steine mit hingelegt, damit ein Auto das nicht umfahren kann oder sich das in Reifen kaputt fahren kann. Und hier seht ihr die dicken Heringe dafür. Ich habe so eine 40 cm Bundeswehr-Heringe und die funktionieren ganz gut. Und ja, das ganze Stativ hat so einen Stativfuß hier noch, so einen Mastfuß. Und ich drehe das momentan noch per Hand. Und da unten steht das auf so einer kleinen Platte drauf. Und das reicht völlig aus. Also das ist hier meine Antennenanlage. Und damit bin ich ganz zufrieden. Wie heize ich? Ja, ich habe hier momentan einen Elektroheizer, weil meine Dieselheizung nicht funktioniert, beziehungsweise nicht eingebaut ist. Und hier hinten steht jetzt der Jockel. Und das ist ein Honda 1000 Watt. Der kann gerade mal so 600 Watt befeuern, weil das hat ja auch einen Anlaufstrom. Aber es funktioniert ganz gut. So, den Dipol habe ich natürlich einmal bis nach unten abgespannt. Und dann hier drüben, hier ist so ein kleiner Weg. Und da musste ich jetzt drüber. Und den Dipol habe ich dann hier, ich zeige euch das mal, ein bisschen dichter. Hier nochmal an so einem extra kleinen Stab höher gespannt, sodass der da auf 4 Meter Höhe hängt. Und hier auf dem Weg hängt der dann auf 5 Meter Höhe ungefähr. Wenn jetzt ein sehr großer Trecker kommt, dann reißt das natürlich nicht mehr. Aber hier ist kein einziges Auto langgekommen. Und ich habe auch noch viele andere Stationen gearbeitet, ein bisschen zwischendurch nachts noch am Contest teilgenommen. So alles ein bisschen nebenbei. Aber ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr kalt. Wir haben 0 Grad, minus 2 Grad. Es hat geschneit heute Nacht. Es ist wirklich sehr, sehr kalt. Der Bulli hat vielleicht so 5 bis 10 Grad hier drin. Die Heizung schafft das nicht. Ich habe hier nur so eine ganz kleine Heizung. Und ja, es ist ein bisschen anstrengend. Aber es macht trotzdem Spaß. Und jetzt hat es auch aufgehört zu regnen, sodass ich nachher den Spiderbeam auch wieder ordentlich abbauen kann. Und nicht nass werden dabei. Das hatte ich schon öfter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.